Hallo zusammen, ich bin Florian, ich bin als KV im dritten Lehrjahr bei F&H Engelagent Biel und ich zeige euch jetzt einen kleinen Einblick in meinem Arbeitsleben. An meiner Lehre gefällt mir am besten, dass ich meine Arbeit selber organisieren kann und dass ich immer neue Dinge zum Lehren habe. Dazu haben wir noch viele Kontakte mit Menschen, seien es per Telefon oder per Mail. Die Lehre bei Engel sollte man machen, weil man eine grosse Firma ist, mit vielen kompetenten Mitarbeitern. Das hilft natürlich, um gut ausgebildet zu werden und eine gute Vorbereitung für die Lehrappausprüfung zu haben. Die Voraussetzungen für eine Lehre als KV bei Engel Biel wäre schon ein grosser Vorteil, wenn man zweissprachig ist, also französisch und deutsch, weil man dann auch halt eben zu viel ist und man muss sich gut organisieren können, weil man sehr früh selbstständig arbeiten kann. Das wäre es jetzt gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann geht ihr euch bewerben. Also, das bedeutet das Geld für neu zu gruppieren. Wenn es euch here applications wie in den letzten處 whofen wird uns im Film für eine Liebe betreffend. Vielen Dank.